Ich hätte aber Cappuccino bleiben sollen. Ja, aber so spät noch Cappuccino trinken? Naja, ich hätte mal mühfähig trinken sollen. Irgendwie sowas. Egal. Ah, Wendlin. Ja. Umrühren. Das ist alles unzufest. Freilich. Ich habe eben einen Trocken aufgerufen. Sehr egal, erfreulich. Das ist aber trotzdem mit Wasser gemacht. Das ist kein Zuckerchen. Und dann ist es noch so. Aber das ist jetzt genau her. Machst du ein Video? Äh? Machst du ein Video? Mh, ich mach's doch. Ja, heute ist der Bischner. Vielen Dank.